Ich probiere nochmal den Wenn ich auf dem Weg zum Bürgermeister bin, kann ich immer ganz kurz das zumindest mal ausprobieren. Ich hasse die ganzen Kameras. Ich hasse, ständig beobachtet zu werden. Ich auch. Von wem war das? Von wem kann das? Ich hätte auch zufälligerweise gerade eine gesehen. So sollten Batman und Freeze zusammenarbeiten. Ja, das ist eine gute Frage. Oh, das war jetzt nicht. Wir machen gar nichts! Nicht schießen! Okay. Achso. Ich wollte noch ein bisschen höher. Gut, ich wollte noch ein bisschen höher. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Ähm... Hä? Wie... Wie soll ich denn das machen? Hä? Oh Gott. Jetzt auch noch... Umdrehen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Wow. Also das ist ja echt... Das ist echt hart. Wow. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Warum geht der denn immer dahin? Wie soll ich das denn machen, dass er dann... Äh, toll, mir geht das mal meine Schuld. Jetzt hab ich die Werttaste losgelassen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining viel geschlagen. Zwei Türen gibt es. Was ist denn das eigentlich hier vor mir? Salomons Wayne? Gerichtsgebäude. Mhm. Meldestörungen an Kamera in Sektor 2. Nicht schießen! Nicht schießen! Und ich hab gesehen, wie Crocs hässliche Fresse aus nem Gully guckte. Mich kriegt keiner in die Kanalisation. Stimmt, der Croc geht in die Kanal. So. Spass! Wenn du mich anlügst, musst du auf Flüssignahrung umsteigen. Bitte, ich sag dir alles, was ich weiß! Wenn du die Wahrheit sagst. Gut. Gut, na laut. Okay. Hey. Wir machen gar nichts! Ich wette, das klappt trotzdem nicht, oder? Ja. Diese Konsole wurde mit Tiger-Verschlüsselungsprotokollen geschützt. Um sie zu knacken, brauche ich Zugriff auf das Hauptsteuerprogramm, das Strange benutzt. Da muss ich den Bürgermeister wirklich mal drauf anhören. Kann der ja runter sitzen. Strange ist dann geschafft, den Bürgermeister hier einzubuchten. Ja. Okay. Was für die Katze. Ach, die ist bereits markiert. Na. Ist auch toll. Äh. Kann das sein, dass ich hier doch schon war? Äh. Nein. Okay. Dann, äh, wo war der Bürgermeister? Da. Äh. Okay, ich probier jetzt mal... Erweitertes Realitätstraining. Nummer 2, bitte. Kann ich ja machen. Ist ja auf dem Weg dahin. Mal gucken, ob das überhaupt etwas bringt. Ja. Bitte, nicht schießen! Da denkt sie auch. Oh, das ist ein Döpfchen bei euch heute. Achso, warte mal. Toll, was gehen jetzt zusammen auf Kuschelkurs? Was soll das? Boah! Ich merke es, wenn du lügst. Wehr dich nicht! Bitte! Tu mir nichts! Ich sag alles! Gute Nacht. Na, Jo. Okay, cool. Ja, lieber schon mal ein paar... Riddler-Geheimnisse, dass ich gerade... Ich habe Bane noch nicht gesehen, aber angeblich ist er hier irgendwo. Maja, wohl auch nicht. Die existieren noch? Warum sind die noch... Ich dachte, die verschwinden. Ich habe noch mehr eine ganze Weile nicht gesehen. Gut. Bei seinem letzten Besuch hat er dir drei Zähne aus der Fresse geschlagen. Was ist? Vermisst du ihn? Am Arsch. Hoffentlich hat einer der Hubschrauber ihn gefunden und ihn in die Luft gejagt. Hoffen wir es auch, wenn ich es verzweifle. Es heißt, dass er Pinguin ausgeschaltet hat und verschwunden ist. Vielleicht ist er abgehauen. Hm. Kann man es ihm verdienen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Was? Oh Gott. Gesehen wie viele Hubschrauber mittlerweile hier sind. Scheint fast so, als würden es jeden Tag mehr werden. Was hat Strange nur vor? Two-Face hat Guido erzählt, dass es dabei nur darum geht. Was hat Batman mit der Sache zu tun? Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Toll. Was? Zeit zu sterben! Ich hab ihn! Er ist hier! Zeit zu sterben! Das gefälligst die Waffe los! Das gefälligst die Waffe los! Das gefälligst die Waffe los! Ah, laufen muss! Und Stufenaufstieg! Juhu! Ausrüstung! Dann haben wir hier jetzt noch den Schallschock-Battern. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, okay. Dann geht's jetzt mit Kampf weiter. Gibt's hier irgendwas, was ich... ...ultra-betäuben? Uh, ultra-betäuben, alles klar. Klingeln drinnen hatten wir ja, ja. Achso. Das sind Sachen, die ich noch freischalten kann, okay. Naja, gut, ich probier's noch einmal. Die Fledermann. Bitte, lüg mich nicht an. Hab gerade erst das Blut von einem deiner Freunde von mir abgewaschen. Nein, ich werde dir alles sagen. Genau das wollte ich hören. Ich schwör, dass Batman zurzeit gar nicht gut aussieht. Erweitertes Realitäts-Gaming aktiviert. Erweitertes Realitäts-Training, fehlgeschlagen. Na gut, okay. Wie gesagt, ich möchte mich damit jetzt nicht die ganze Zeit rumschlagen. So. Ja. So, suchen wir mal den Bürgermeister auf. Der soll sich ja dann hier auch... ...dass er gerne Köpfe verdreht. Schön. Ich werd seinen drehen, bis es knackt. Batman! Da bist du ja, Batman! Er ist verschwunden! Wo zum Teufel ist er hin? Ihr seid echt doof. Entschuldigung. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage. Irgendwo hört's dann auch auf. Hallo? Hallo? Päscherz-Bat-Man! Päscherz-Bat-Man! Jetzt dreht er sich einfach so rum. Oh man. Ja. Wenn ich sowas sehe, muss ich handeln. Gestaltlich geprüfter Sprayer. Ich muss ja noch ein paar Geiseln irgendwie finden. Aber die finden, sollen wir mal lieber rennen? Äh, ja. Tut mir leid, Bürgermeister. Two-Face will mit dir sprechen, bevor dich jemand anders in die Finger bekommt. Respekt von mir, ihr T- Ich hör mal den. Juhu. Das ist alles deine Schuld. Was meine? Äh, verhören. Na gut, na dann. Nein, bitte nicht. Ich will alles über Strange wissen und was Sie damit zu tun haben. Ich werde dir alles sagen. Strange ist in der Anstalt zu mir gekommen. Er sagte mir, dass er Freunde hätte, mächtige Freunde, die Art von Freunden, die Dinge in Bewegung setzen können. Ja, Tadeus. Alles, was ich tun musste, war bei seinen Experimenten ein Auge zu drücken und mich um meinen Wahlkampf kümmern. Er sagte, seine Freunde würden für meinen Wahlsieg sorgen. Wer sind diese Leute? Ich weiß es nicht. Hab sie nie getroffen. Sie haben alles bezahlt. Geld war kein Problem. Ich musste nur Arkham City errichten und Strange als Leiter einsetzen. Es schien mir logisch zu sein. Der Abschaum Gossams musste bestraft werden. Es sollte mein Erbe sein. Strange hat alle, die Beweise gegen ihn haben könnten, beiseite geschafft und nach Arkham City geschickt. Genießen Sie Ihr Erbe. Inklusive Sharp. Bruce, die Biometrie-Sensoren deines Anzugs melden deutliche Spitzen. Deine Gesundheit, es sieht nicht gut aus. Ich hab gerade mit unserem alten Freund Quincy Sharp gesprochen. Er hat bestätigt, dass Strange mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ich werde rausfinden, mit wem. Was redest du denn da? Du musst dieses Blut sofort zu Freeze bringen. Mach ich. Aber vorher werde ich... Nein, nichts da. Du musst sofort zum GCPD zurück. Bitte, Bruce. Tu's für mich. Wer kann da schon Nein sagen? Ich. Ach, Mann. Hier sieht's aber auch aus. Erweitertes Realitätstraining online. Ich bin jetzt noch mal probier. Spür meine Finger nicht. Triff dich mit dem Verlorenen. Hey, Batman. Hörst du mich? Hier spricht Officer Jones aus dem Museum. Ich hoffe, du hörst mich. Ich spreche an eins der Funkgeräte, das Pinguins Männer benutzt haben. Wir haben in Pinguins Sachen etwas gefunden, das dich interessieren könnte. Wir haben uns in der Iceberg Lounge verschanzt. Komm mal vorbei, dann zeigen wir's dir. Das mach ich zuerst. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Zentriere dich auf Wärme. Warum? Ist ja kalt. Ja, das war ja super. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Und ich hatte wenigstens gehofft, dass ich den wenigstens noch kriege. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Landet eigentlich der ganze Krempel, den Strange beschlagnahmt? Er muss das Zeug doch irgendwo aufbewahren, oder? Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Ich dachte gerade so, er landet doch noch auf diesem scheiß Häuschen. Oh Gott, wie geil. Yay. Ja, dann kann ich das jetzt machen. Da muss ich, achso, da muss ich in die Richtung. Batman und Freeze arbeiten zusammen. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Du sollst ja auch nicht gerechnen, du sollst, äh, denken. Ich glaube, ich brauche noch einen Raketenwerfer, damit ich diese Dinger hier aufkriege. Bye. Ich freue mich. Bye.